Eigentlich eine simple Regel, die da schon lange am Landgericht prangt. Du sollst nicht töten. Doch weil sich nicht alle an sie halten, geht es heute hinter diesen Fenstern dramatisch zu. Im Saal 218 bringt der wegen Mordes angeklagte Ehemann von Ekaterina B. seine mehrstündige Aussage zu Ende. Heute hat der Angeklagte seine Einlassung fortgesetzt. Er hat ja bereits gestern den gesamten Sitzungstag über zu seinen persönlichen Verhältnissen sich geäußert. Heute hat er Angaben zum Tatgeschehen gemacht. Und mit diesen Angaben versucht er, den Verdacht gegen sich zu entkräften. Nicht er habe Ekaterina getötet und zerstückelt, sondern seine Mutter. Er habe lediglich bei der Beseitigung der Leiche geholfen. Doch was macht das Gericht jetzt mit dieser Aussage? Die Kammer wird also sehr sorgfältig. Jetzt wird er die Angaben des Angeklagten mit dem bisherigen Beweisergebnis in Verbindung bringen, abprüfen und wird dann entsprechende Nachfragen im nächsten Termin stellen. Ob jetzt ein Verfahren gegen seine von ihm belastete Mutter eröffnet wird, dazu wollte sich die Staatsanwaltschaft heute nicht äußern. Der Prozess wird am Montag fortgesetzt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017